So, guten Tag zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Ihr seht aber auch, wir haben heute ein neues Update. Da werden wahrscheinlich die ganzen Ostergeschichten ins Spiel reinkommen. Denn wie ihr schon oben rechts seht, Freakgefühl, Frühling, Ostern, 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 Ostern. Also Ostern steht vor der Tür, deshalb auch der Skin gerade. Irgendwie feiere ich den Skin, doch, ist ziemlich lustig irgendwie. Aber ich würde sagen, wir quatschen nicht so viel, gehen auch direkt rein in den Shop. Und was sehen wir? Aha, alte Bekannte. Also, Stella ist zurück. Gut, aber ich sag ganz ehrlich, von den Osterskins allgemein, hat mir eigentlich gefühlt noch nie einer gefallen. Also da war nie ein Skin dabei, wo ich sagen muss, oh ja, muss ich unbedingt haben. So, dazu noch die passende Pickaxe. Dann Hoppel mit dabei. Dann die Schokoladektarnung. Dann Schluckus ist wieder zurück im Shop. Dann Doppelzapfer. Der Klang von der Pickaxe ist natürlich nice. Dann Schluckus ist wieder zurück. Und dann geht es weiter. Die ganzen, wie sie nennen, was sie denn machen? Ganz komischen Skins. Ganz seltsam. Also wer da mit spielt, der... Eieieiei. Das ist farblich halt so krass, wenn du da mit dem Spiel rumrennst. Das würde mich so verwirren, ganz ehrlich. Na ja, ich sag ja ganz ehrlich, aber das ist halt, das ist halt, das ist wirklich geschmacksam. Das ganze Paket gibt es halt für 2300 V-Bucks. Da drin sind enthalten zwei Skins. Einmal die weibliche Variante, männliche Variante, das passende Rückenaccessoire. Dann für den weiblichen Skin, das Rückenaccessoire. Die Pickaxe und der laute Kleider. Also meins ist es nicht, ich sag mal so. So, dann kurz vorweg. Erstmal danke dafür, dass jetzt 40 Leute meinen Creator-Code eingetragen haben. Hier nochmal ganz kurz, ynt-familyheck. Also wer sich was gönnt, gämt meinen Creator-Code. Oder tragt generell irgendeinen Creator-Code ein. Nicht, dass das Feld leer bleibt. So, des Weiteren haben wir Äffchen wieder mit drin. Natürlich auch mit passendem Rückenaccessoire. Gute alte Skin. Dann haben wir Patronella wieder mit drin. Dann Holoscan. Auferweckt. Ihr seht selbst, Season 3. Aber es kommt noch besser. Season 1. Einfach wieder ein Season 1 Emote. Dann riesiges Popcorn. Und das müsste es eigentlich schon wieder gewesen sein. Dann Pulgerspint. Hatten wir ja gestern schon drin. Für 1700 V-Bucks. Bekommt ihr das ganze Paket. Solltet ihr die Pickaxe halt schon haben. Aber ich sag ja, das ist halt auch so. Muss man nicht haben. Aber schlecht ist es eigentlich nicht. Dann Shake-Eyes ist wieder dabei. Letzter Kracher-Paket ist immer noch drin. Fortnite-Crew-Paket auch noch drin. Logischerweise. Dann der ganz schnelle Blick auf Rette die Welt. Ich gucke gerade schnell für euch. Heute gibt es 65 V-Bucks zu holen. Einmal Level 28. Und Level 58. Also insgesamt 65 V-Bucks für euch heute. Die werde ich mir natürlich nachher auch noch schön ganz entspannt mitnehmen. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Und haut rein.